Vertrauen Als ich einmal Eichhörnchen im Park wütterte, bemerkte ich ein kleines unter ihnen, das mir nicht zu trauen schien. Die anderen kamen ganz nah heran und fraßen mir aus der Hand. Dieses aber hielt sich in sicherem Abstand. Ich warf ihr meine Erdnuss zu. Es huschte heran, griff sie sich nervös und sauste sofort wieder weg. Beim nächsten Mal schien es bereits viel weniger misstrauisch zu sein und kam schon etwas näher. Je sicherer es sich fühlte, desto größer wurde sein Vertrauen zu mir, bis es schließlich sogar zu meinen Füßen saß und genauso zutraulich wie alle anderen und genauso wie diese um Erdnüsse bettelte. So ist das mit dem Vertrauen. Es läuft immer auf das Vertrauen zu sich selbst hinaus. Die eigenen Ängste können niemals andere überwinden. Das muss man schon selbst tun. Das ist gewiss nicht leicht, weil Furcht und Zweifel sehr hartnäckig sind. Wir haben immer Angst, zurückgewiesen, einmal mehr verletzt zu werden. Also halten wir sicheren Abstand. Wir glauben, wenn wir uns absondern, schützen wir uns damit. Aber so geht es auch nicht, denn das lässt uns allein und ungeliebt. Selbstvertrauen beginnt mit der Einsicht, dass nichts falsch daran ist, Ängste zu haben. Angst zu haben ist das Problem nicht, denn wir alle fühlen uns manchmal furchtsam und unsicher. Das Problem besteht auch nicht darin, dass man ehrlich genug ist, sich seine Ängste einzugestehen. Im Gegenteil, wann immer ich meine eigenen Zweifel und Unsicherheiten zugebe, macht mich das offener den anderen Menschen gegenüber. Je tiefer ich in mich selbst gehe, desto stärker werde ich, weil ich mir bewusst werde, dass mein wirkliches Ich stärker ist als alle Ängste. Wenn man sich hingegen selbst voll akzeptiert, so wie man ist, wird auch das Vertrauen vollständig und es bleibt nicht länger ein Graben zwischen einem selbst und den anderen, weil in einem selbst keine Gräben mehr sind. Und dort, wo einst die Ängste saßen, kann jetzt Leben wachsen. Und dann, wo einst die Ängste, kann jetzt Leben wachsen.